Servus Leute, willkommen beim Star Trek Let's Play im Part Nummer, ich muss noch gucken, 15, 15 mittlerweile, ach du scheiße, und zwar wählen wir, äh, hallo, wählen wir, ach scheiße, ich bin Dorenton, Du hast die Ranking unter, habt ihr gewusst eigentlich, dass Zahnfleischentzündungen theoretisch zu vermehrtem Risiko für Alzheimer führt? Was? Du wolltest, du wolltest Doku Felix gesehen, Doku, kein Doku, kein Doku, kein Doku, kein Doku, was ich nur gesagt habe, für die Allgemeinheit ist das Wissen. Äh, also, halt euer Zäh sauber, ihr Arschlöcher. Ja, du musst Start drücken, gell? Achso. Alles klar. Gut. Okay, äh, Sniper Ding jetzt schon fast geschafft. Und Spock fast abgestürzt. Der Schimmel bewegt sich. Der Schimmel bewegt sich, ich gebe ihm noch Deckung. 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 So, und du musst die, du, du... Wie Demut. Let's move, man. Kirk. Ah, hier kann ich, hier kann ich Munition auffüllen. Kirk! Das ist, wenn der Kirk kacke geht, macht er... Wieso kann ich ihn nicht nachladen? Ach, das Ding fasst nur 3 Schuss. Ein guter T, so. Gell? Das ist der beste, billigste aus dem Lidl. Schmeckt mir an. Qualität, die begeistert. Ich bin afrikanisches Cowgirl. Ah! Let's go! Spocky, hol mir mit dem Traktor ab! Ja, ich habe meinen Traktor dabei. Waren wir hier schon drin? Was ist das? Nichts. Was bist du? Infiltrieren Sie den Außenposten. Ah, nichts. Ah, hier waren wir noch gar nicht, oder? Nein. Oh, ich weiß nicht. Wir müssen uns in diese Facilität in order to disengage the Tower's shielding. Kann ich mir vorstellen, oder in der Runde? Das ist gut für mich. Huh. B. Ja. Oh, hier waren... Oh, gut, gut, nachher. Oh, gut, gut. Fuck, du Arsch! So, Arschleche. So wird's gemacht. So wird's gemacht. Achso, das ist doch schon kaputt. Da fliegt noch irgendwas, glaube ich. Ja, ja. Jojo! Jojo, heuchle ich mich am Arsch! Oh Gott! Zack. Ah, sehr gut. Das war so ein Stealth-Mongo. So! Stealth-Mongo. Ich bin der Stealth-Mongo-Mongo. Mongo, dachte ich. Sech, ich kann dich halten. Jetzt soll ich dich besser fühlen. Oh, was ist denn nicht? Beziehungsweise, Unterstützung. Null EP. Hattest du so gesagt, ganz so braucht das. Mhm. Jetzt mal ohne Scheiß. Äh, ich hab beim letzten Tumor festgestellt, dass wir uns das nicht gegenseitig wegnehmen. Oh, da muss ich ein bisschen scannen. Stein, Boden. Stein, Boden. Stein. Stein, Boden. Stein, Boden. Kippten, kippten, ich hab Stein, Boden. Stein, Boden, gefunden. Geh nicht so nah dran. Kippten, Koch, Spuck und Pillepalle. Spuck und der Pillepalle. Und der Ping-Pong. Und der Checktopf. Topf. Ah, sieh, das ist nämlich zu. Checka, checka, checktopf. Jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. We need another way. Ich glaub unser Transcoder sollte uns auch zeigen, wo wir hin müssen. Genau in diese Richtung. Sie laufen schon richtig, Herr Spock. Um Transcoder? Transcoder. Aus North Dakota. Toll. Toll. Cool. Guck mal, jetzt nimm... Ah, doch, hier. Oh nein. Ah, nee. Doch, da nein. Wo bist denn du? Bist du von der Ohne weiter? Ah, ich brauch das. Ja, äh, äh, äh. Da hoch, Springer. Da hoch. Und ab. Ah. Und ab. Ja, hoppa. Hoppa. So, alles klar. Ha, der Scheiß, wie das ist. Das ist doch schon ver... Ah. Ich will geindert die Mütter haben. Huh? Ja, äh, 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 äh. Gott, oh ja, yes! Hä? Unsere Linien verlaufen parallel. Strahlt nicht kreuzen. Äh, nee. Schwetter nicht kreuzen. Dort gibt's Munition? Ha! So. Also könnte was Fettes kommen. Oh, in dem Spiel... und das war oder ist was fettes oder doch das auszeichnen deaktivieren sie die türmschilder ohne feindliche angriffe zu provozieren verloren okay mir egal durch den alarm ausgelöst ja die kugeln auf mich mehr gegner heißt mehr spaß müssen wir doch gut bist du gut so um geht es jetzt hässlich wir sind im sicherheitszentrum sicher ja vor der außerirde ich bin noch mal echt gespannt wie lange wir jetzt tatsächlich noch brauchen um das spiel durchzuspielen aber ich finde es macht richtig spaß so shooter mit dir zu spielen so für person schule das macht echt was ich habe noch ein paar im petto hätte hätte das coole ist halt auch dass dir dass die meisten die shop halt wirklich kurz und er macht beide was zu tun das ist echt gut das wäre eigentlich schon bei der herr der ringe cool es ist zwar kein shooter und ich würde sagen dass mir zwei uns einfach gut what the fuck der hat gepräzt 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 depo wer schießt da in das loch du arsch ich halte den arsch frei mann wir halten ihn den arsch frei ich glaube ich bin ich gut okay ach du gehst runter ja ich glaube da müssen wir achi ich bin ich gut okay ach du gehst runter ja ich glaube da müssen wir achi kauf quark quark gib den quark gib den gib den ein unidentifend der identifend du stehst mein weg ein unidentifendes Raumschiff das ist der dälte arschloch das ist die dei was für sie mir noch schreiben hier im super mega pen achso, ich hab das ne dreie tausend the pain the pain the pain die ich treffe treffe ich ja nett treffe ich ja nett irgendwas muss hier gemacht werden Ja, also wir müssen die Sicherheitskanne entkennen. Wow, du erstrechst, die KI ist echt. Schon dumm. Ja, wo bist du jetzt? Ich mach das Geschütz hier kaputt. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß. Ich sehe Monster. Oh Gott. Sag mal, Katz, hilf mir. Gerade muss ich kratzen. Was ist alles zu? Wie geht das denn auf? Ich hab das voll. Ich hab das voll, aber wo bist du? Oh, wo bist du? Ah, da ist ein Turret. Ja, wir haben ihn. Was hab ich da? Ich hab ja Energiezelle. Ja, die musst du ablegen. Die musst du einfach... Die hab ich vorhin geklaut. Nee, die hab ich da rausgeholt. Nee, die hab ich da rausgeholt. Nee, die hab ich da rausgeholt. Du musst die, ähm, Energiezelle rausholen. Und dazu müssen wir aber unter die Erde. Ich weiß nicht was ich machen kann. Guck, da muss die Trikorder. Zwei Stück müssen wir... Das, das Rohr, was da drin war, hab ich rausgezogen. Und du musst... Aha. Du musst drei insgesamt da auch rausziehen. Aha. Ne? Ich weiß nur nicht, wo die sind. Du bist demselben Ding wie ich. Ich war schneller. Ich glaub, ich hab's. Ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Das heißt, wir müssen uns gleich sehen. Ne, komm. Ähm. Lokalisiere mich mal und komm lieber mit. Weil du ohne euer Gegner sind. Ich warte hier auf dich, weil ich das gefunden habe. Hier hinter der Tür. Und da... Hier links hab ich grad aufgemacht. Bin ich jetzt schon... Ja, ich bin schon ohne. Ähm. Warum nennt er jedes Mal die Anna Waffe? Das macht er auch, wenn man die Treppe runtergeht. Ich kenn die Leiter. Ah, da kann man noch nur eins runter. Haaa. Zwei Runde? Ah juuu. Du musst wieder durch die Tür, dann runter. Durch die Tür und runter, okay. Ja. Siegst immer. So, und dann? Lokalisieren. Kann das nicht mehr. Da runter. Haha. Ich hab dich lokalisiert. Wir haben's geschafft. Lokalisiert. Das heißt, wir hätten gar nicht hochgehen müssen. Oh. Ist er ja. Oh mein Gott. Öffnen Sie die Schilde des Türms. Das heißt, wir müssen wieder Nuff, oder? Peter sagt mir, dass wir jetzt Nuff müssen. Müssen wir jetzt die Zelle wieder neu machen? Ähm. Genau das. Was? Wieso kommst du überall Nuff und ich nicht? Komm, ich bin Nuff gekommen. Weil ich, äh, wie ein Elb bin. Ich wieg nichts. Bist ein Elb? Weltraum Elb. Du bist ein Elb, ja? Fall für 50, ja? Fall für 50. Oh, wir sind jetzt doch Gegner, hä? Nein. Nein. Doch, da unten, da unten. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Hehehe. In the purpose. What a man, Alter, what a man, ey. Jetzt können wir durch die Tür hier. Der Aedion. Endelich. Was ist das? Aedion-Kotze kann man nicht. Analysieren. Wo bist du denn jetzt? Da lang. Ah, der Italien. Hallo. There it is. There it is. Man, I need your help with this system. Oh, no. Ah, das ist langsam. Jetzt habe ich es. Gott, wie wir es auf jeden Fall können. Ja, ohne Probleme. Ich hätte es nicht ohne. So, das hätten wir jetzt machen müssen, dass diese Szene kommt. Hauptsache, die Spielzeit ist ein bisschen gestreckt. Das sind aber so viele coole Sachen, die du aber nur Amul machst. Du fliegst Amul, die Enterprise irgendwie. Äh, Amul kam das mit diesem Hammerschlag aus dem Himmel. Mhm. Ja, das war ja auch cool. Das war ja immer so ein bisschen auf Kriegsmachinerie gemacht. Ja, und dann war es aber auch wieder gleich vorbei. Was ist das? Ah. Geht es hier nicht weiter? Da gibst du viel zu schnell Luft. Folge meinem Arsch. Okay. Bleib mal stehen. Ach, schade. Öffnen jetzt. Öffnen. 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 Hier. Da hat es zu fährt auf. So, 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 so. Sie haben Bananen dabei. Ich habe es genau gesehen. War da oben? Geh mit dem Mann. Sie spinnen doch. Das sind keine Gürken. Das sind keine Bananen. Das sind Spreewald-Bananen. Die Arschloch. Nichts ist das. Geh nichts. Wieder nichts. Wieder nichts. So, jetzt kickt euch. Oh, hinten am Fels. Oh, 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 oh. Fuck. Ich komme. Irgendwas hat es von oben erwischt. Fuck, äh, kuck. Kuck. Ach, da. Der hängt. Der hängt im Back. In the Luft. Oh. Gib dem, motherfucker. Brain bug. Hallo. Wenn du mir Deckung gibst. Ich dir. Ja. Bist du, das macht dich. Ich schaffe mir das auch so. Bist du unzufrieden mit meiner Arbeit, oder was? Nee. Ich muss dein Minecraft-Video auch nicht mehr schneiden. Ja, geil. Guck mal. Wenn Probleme... Ich habe jetzt noch gesehen, wie... Jetzt habe ich dich an der Eier. Ich habe noch gesehen, wie er ihm der Finger noch in den Arsch gesteckt hat. Oh, bevor wir sterben. Oh, jetzt ist es... Und dann am Schluss... Am Schluss noch. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Ah, 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 hey, hey. Können wir alles machen, was wir nie machen wollen. So, jetzt wieder der Flieger. Darf ich unserem Publikum erzählen, was du mir erzählt hast, was du jedes Mal machst, wenn du ins Auto einsteigst, wenn du wieder heimfährst? Ich würde das steuern. Ach so. Ach, wie lang die Szene jetzt war. Ne, ich bin gestorben, weil ich nicht aufgepasst habe. Ja, was mache ich in dem Auto? Mich anrufen. Das habe ich vermisst. So, ich bin jetzt 5 Meter weg. Ja. Jetzt verzählt, dass wir es schaffen. Hat gefurzt, immer, jedes Mal sagt er, er hat voll die Dinger im Bobbel und nur für die Aufnahmen läuft das drin. So, weißt du, was mein Problem ist? Ich gleite oben links, dabei sollte ich unten rechts gleiten. Gar nicht. Du musst einfach steuern. Einfach geradeaus. Das Ding, ich knall immer durchgegelt. Hint, hat, hat, hat auch nicht da. Da, da hat er dagegen. 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 Ja, also du musst einfach hier unten durch. Guck, unten. Bisschen rechts rüber, links, unten und rechts. Ist doch so easy, Mann. Und die Kurven hoch. Ist so easy. Links, dann muss ich jetzt entscheiden. Rechts. Du bist sogar vor mir. Ah ja. Oh, oh. Wenn mir das machen würden, wird man achtet bei Furze und sauschnellzeug. Ja. Ich bin nämlich ein Global Player. Und dann, dieser Kondensstreife wäre kein Kondensstreife. Wow. Das finde ich wiederum cool irgendwie. Ja, ja, das ist schon ganz cool. Wobei, ich finde, das hätte man auch mit dem Raumschiff machen können. Dass du halt so Raumschiff irgendwo... Wo wir mit dem Enderpreis über dem Planet düsen. Da täte ich schon mal 4 Euro für jetzt ab. Ja.